Friedrich Maximilian von Klinger war ein deutscher Dichter und Dramatiker. Sein Dramasturm und Drang wurde namensgebend für eine ganze literarische Strömung. Leben Friedrich Maximilian Klinger war das zweite Kind des aus dem Odenwald stammenden Bauernsohnes Johannes Klinger, der sich als Konstabler bei der städtischen Artillerie anwerben ließ. 1760 verlor er im Alter von acht Jahren sein Vater, seine Mutter Cornelia Margareta Dorothea Geb Fuchs musste als Krämmerin und Wäscherin den Sohn und die beiden Töchter ernähren. Obwohl Klinger in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, konnte er durch Förderung des Professors Zink das Frankfurter Gymnasium besuchen. Bereits in Frankfurt knüpfte ab 1772 Kontakte mit den Vertretern einer jungen Generation der Autorin, die sich um Goethe sammeln. Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner unter anderem seine Wohnung im Rittergässchen bietet Raum für die Zusammenkünfte der jungen Genies. Dank finanzieller Hilfe seines Jugendfreundes Goethe kann er 1774 in Gießen ein Studium der Rechtswissenschaften beginnen. Nach ersten Erfolgen als Theaterautor entschloss er sich 1776 die Universität zu verlassen. Zunächst ging er nach Weimar. Nach dem bis heute nicht aufgeklärten Bruch mit Goethe ging Klinger mit dem Manuskript seines neuen Stück Sturm und drang 1776 als Dramaturg in die Truppe Abels Eilers. Als der finanzielle Erfolg ausblieb, ließ er sich mit Hilfe des goetheischen Schwagers Johann Georg Schlosser im Bayerischen Erbfolgekrieg anwerben und zog von Sommer 1778 bis Frühjahr 1779 durch Böhmen. Nach Beendigung des Krieges kehrte er zu seinem Freund nach Ermendingen zurück in der Hoffnung auf ein neues Empfehlungsschreiben. Nach der Eingebung des Komponisten Philipp Christoph Kaiser wurde er 1779 in der Freimaurer Loge Modestia Cum Libertät in Zürich aufgenommen. 1780 wurde er dank den Verbindungen Schlossers als Eudonanzoffizier im Rang eines Leutnants im Marinebataillon des russischen Thronfolgers. Großfürst Paul in Petersburg und zugleich als Vorleser seiner Frau Maria Feodorowna eingestellt. Im Gefolge des Großfürsten unternahm er 1781 bis 1782 eine Europareise, die ihn durch Wien, Italien, Paris und Deutschland führte. Anschließend versuchte Klinger sein Militärglück im Feldzug gegen die Türken, das angesichts der raschen Friedensverträge scheiterte. 1785 wurde er als Kadettenoffizier in Petersburger Land Kadett-en-Korre eingereiht, wo er Karriere als Militärpädagoge machte. 1787 heiratete er die russische Adelige Elisabeth Alexandrauner-Alexa Elfner, eine natürliche Tochter von Katharinas II, Günstling Grigoriolov. 1801 wurde Klinger Generalmajor der Armee und Leiter des Kadett-en-Kors. Daneben diente er beim Ministerium für Volksbildung. Ab 1803 war er Kurator des Schulbezirks und der Universität Dorpat in Estland, wo er unter anderem auch mit Karl Morgenstern und August Thieme in Kontakt kam. Im Zuge der Restauration wurde Klinger 1816 seiner Ämter enthoben. Er zog sich danach aus dem öffentlichen Leben zurück. Klinger starb am 25. Februar 1831 acht Tage nach seinem 79. Geburtstag in Dorpat Estland. Er liegt in St. Petersburg auf dem alten Small-N-Skalutärischen Friedhof begraben. Die seit 1780 entstandene, umfangreiche Privatbibliothek Klingers mit überwiegend humanistischer Literatur wurde 1844 von seiner Witwe der Universität Doppard übergeben. Bedeutung Klinger zählt zu den bedeutendsten Dramatikern der Sturm- und Drangzeit. Sein 1776 zunächst unter dem Titel der Wirrwarr erschienen ist Drama Sturm und Drang gab der Epoche ihren Namen. Weitere bedeutende Werke der Sturm- und Drangperiode sind die Zwillinge und Simson Grissaldo. In seinen Werken knüpfte er an dramaturgische Eigenheiten William Shakespeare's und an philosophische Ansichten Jean-Jacques Rousseau an. Sie beinhalten sowohl gesellschaftskritische als auch starke gefühlsorientierte Momente. Seit ca. 1778 verfasste der Dichter unter anderem in finanzieller Not eine Reihe der trivialen Romane und Dramen, die Affinitäten zur Rococo-Literatur aufweisen. In seiner späteren Schaffensperiode orientierte er sich an den Regeln des französischen Klassizismus, die er mit den Idealen seiner Jugend zu versöhnen suchte. Repräsentativ für diese Zeit sind die Dramen Konradin, der Günstling, die beiden Medea-Dramen und Damokles. Ab 1791 plante Klinger eine Dekade der philosophischen Romane, von denen lediglich acht vollendet und einer als Bruchstück überliefert wurden. Sie entstanden im Zeitraum 1791 bis 1798. 20. Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt ist der bekannteste von ihnen. In seinen philosophischen Romanen vereinigt Klinger signifikante zeitgenössische Tendenzen in Literatur, Anthropologie und Philosophie und gilt somit als wichtiger Repräsentant der Spätaufklärung. In der kritischen Geschichts- und Gesellschaftsauffassung lehnt er sich besonders an Jean-Jacques Rousseau, aber auch an Wolter und Immanuel Kant an. Den Abschluss seiner Werke bildeten Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur. Eine Sammlung der Aphorismen zu zeitaktuellen Themen. Klinger führte einen umfangreichen Briefwechsel mit Goethe, mit dem er die alte Freundschaft 1811 wieder aufnahm, und mit vielen, die ihn in St. Petersburg und Dorpat besuchten, darunter Caroline von Eckloffstein, Finitano, Johann Gottfried Säume, Ernst More Zahnt und Wilhelm von Wollzogen. Nach dem Tod des französischen Aufklärers, Philosophen und Enzyklopädisten Dennis Diderot wurde dessen Bibliothek an den Zarinenhof überführt, so das bislang in Frankreich unveröffentlichte Manuskript des Les Névots de Rameau, welches Klinger in der Diderot-Chain-Bibliothek fand und als Abschrift zunächst dem Verleger Johann Friedrich Hartknoch in Riga anbot, der aber eine Veröffentlichung ablehnte. Werke Otto 1775 Das leidende Weib Die Zwillinge Die neue Aria Simson und Grisaldo Sturm und Drang Szenen aus Pyrrhus Leben und Tod Der verbannte Göttersohn 1777 Orpheus 1778 bis 1780 Stilpo und seine Kinder 1780 Prinz Seidenwurm 1780 Der Derwisch 1780 Prinz Formosus Fidelbogen und der Prinzessin Sana Clara Geige 1780 Plimplam Plasko, der hohe Geist Reugeni 1780 Die falschen Spieler 1782 Der Schwur entstand 1782 1783 Stil, gedruckt in Theater 1786 bis 1787 Elfriede Elfriede 1783 Die Geschichte vom Goldenen Hahn 1785 Konrathin entstand 1784 gedruckt in Theater 1786 bis 1787 Der Günstling entstand 1785 gedruckt in Theater 1786 bis 1787 Medea oder das Schicksal entstand 1786 gedruckt in Theater 1786 bis 1787 Aristodemus entstand 1787 gedruckt in Neustheater 1790 Roderico entstand 1788 gedruckt in Neustheater 1790 Damocles entstand 1788 gedruckt in Neustheater 1790 Die Zwo Freundinnen entstand 1788 gedruckt in Neustheater 1790 Oriantes 1790 Bambinos sentimentalisch-politische, komisch-tragische Geschichte 1791 Medea auf dem Kaukasus 1791 Fausts Leben, Taten- und Höllenfahrt 1791 Geschichte Jaffars des Barmesiden 1792 bis 1794 Geschichte Raphaels de Aquelas 1793 Reisen vor der Sündflut 1795 Der Faust der Morgenländer oder Wanderungen Ben-Hafis 1797 Geschichte eines Teutschen der neuesten Zeit 1798 Sahir Evers Erstgeborener im Paradiese 1798 Der Weltmann und der Dichter 1798 Das zu frühe Erwachen des Genies der Menschheit 1803 Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstände der Welt und der Literatur 1803 bis 1805 Zwischen 1809 und 1816 erschienen in Königsberg seine gesammelten Werke und 1810 in Wien sämtliche philosophischen Romane in jeweils 12 Bänden